Resume Game und da sind wir wieder mit Let's Play The Walking Dead und ähm ja es geht weiter Ja genau hier stand ich nämlich das letzte Mal und hab dem Duck hier noch zugewunken was wir auch das dritte oder vierte Mal machen können Hallo Ja das erfreut doch pädophile Leute Äh ja Und wir sollten dem alten Knacker mal in der in dem Stall helfen Soweit ich das hier verstanden hab wir gucken dann mal ob der schon da ist Ja alle machen noch ihr Ding die sitzen da ein bisschen Er guckt in sein Auto und tut so als ob er da was reparieren könnte Und da ist doch der alte Marshall Herschel Herschel heiser genau so So war's ja Reden Okay This farm's a nice plot of land Ha had you told me 20 years ago I'd still be doing this I would have told you that you were full of crap Never was a plan having a place like this It was in the family and I guess so was I Family's important it's all that matters You agree with that was brought up to yes Where's your family now parents wife girlfriend Where's our family my parents are in Macon My parents are in Macon with my brother Well I hope they're all right But now you got this little girl to take care of Clementine is it you just stumbled up On her Took her for help in a house Took her for help in a house They get worse before they do You're gonna have to depend on the honesty of strangers if you're gonna make it And if those same people get to questioning yours you're gonna be in trouble so whoever you are and whatever you did keep it to your damn self but at least you have the common sense to listen to a man giving you advice Fuck Was jetzt passiert Irgendwas mit dem Taktor Ach du scheiße Ähm Also nur mal kurz am Rande Dieser ähm Herschel Der hat mit uns Ein paar Takte geredet Und Ähm Ja Er hat wohl gesehen Oder Gefühlt Dass wir gelogen haben Und Ah Okay Hm Also kurz was trinken Ähm Ich hab ja schon gesagt Im letzten Part Könnte gut sein Dass die Lüge mit dem Gefängnis und so Mal rauskommt Ähm Ja Also er ist Ähm Er lässt sich wohl nicht so von unseren Ganzen Ähm Geschichten überzeugen Na gucken wir mal Was jetzt passiert ist Das kam jetzt aber Hui Das ist ja wie der Wecker am Morgen gewesen Fuck Nicht dass ihm schon da was passiert ist Oh oh Ach du scheiße Nein Oh fuck Wem soll ich 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 Hilf ihm Erstmal Komm schon Komm schon Er steckt unter dem Traktor fest Fuck Ich muss den Traktor wegschieben Komm schon Komm das wird in dem Studio Sonsten gewesen sein Scheiße Wir müssen ihn jetzt holen Komm schon Jetzt Fuck Scheiße Scheiße Ich bin okay Ich bin okay Ich bin okay Ich kann dich fix Ich kann dich nicht Ich werde dich aufhörst Ich werde dich aufhörst Es hat fast Es hat mich Es hat mich Es hat mich Lee versucht mich zu retten Ich weiß Ich weiß Ich bin alles Geh raus. Geh die fucken aus hier! I'm sorry. Sorry? Your son is a lie. You don't get to be sorry. You tried to help him, but this piece of shit let him die. I wasn't strong enough. I'm sorry. If your girl is ever trapped, you better hope you get stronger, or your friends aren't cowards. Please. Just go. Get out and never come back. Fuck, da haben wir jetzt ein Problem. Oh man. Und Kenny ist jetzt hier der... Ja. So schnell kann das gehen. Schon ist die gute Stimmung weg und wir müssen uns wohl einen neuen Platz suchen. Tja, Kenny hätte uns aber auch ruhig mal helfen können. Eigentlich fand ich den ja ganz nett, aber diese Aktion. Ah, okay, er hat uns mitgenommen. Er hat ja noch das Boot und er ist sich selbst an unschuldig bewusst. Dann ist es weit genug. Check. Das sieht nicht so freundlich aus. Oh, Mann. Boah, gerade noch so gerettet. Aber wer hat da geschossen? Oh. Lady! Und laden sie irgendwo. Okay. 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 Das ist nicht gut. Okay. 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 Auf und kurz relay gesund. Please sitze mal mit! Genau. Halb mal. So, und ich würde sagen, jetzt gerade, wo es so spannend ist, mache ich einen Cut und ihr seht dann in der nächsten Folge, was da Spannendes passiert, ob die Zombies jetzt reinkommen und uns alle töten oder auch nicht. Und ob wir uns in dem Laden kostenlos Schokoriegel kaufen können für kein Geld. Das alles in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.